Warum Warum leben wir miteinander aneinander vorbei, obwohl jeder abgibt von sich einen Riesenschrei? Sind wir nicht zu mehr berufen? Wann hören wir endlich auf, im Dunkeln zu suchen? Komm, wir geben uns die Hand, geben uns die Hand, egal ob wir uns so bewegen an den Rand. Komfortzone hin, Komfortzone her. Hach, es fällt uns so schwer. Wann hören wir endlich auf, im Dunkeln zu suchen? Sind wir nicht zu mehr berufen? Sind wir nicht zu mehr berufen? Warum? Wann hören wir, uns in der gł Werzu auf den Büchleminute? Danke. Untertitelung des ZDF, 2020